finde ich auf jeden fall geil geht es in der mitte runter und dann da lang da können wir nicht müssen einen langen weg anscheinend nehmen streithinge so und so das kann natürlich richtig wehtun dieser nagel regen in der immer trifft aber was war so die ulti sag ich mal ja toll das ist doch total unfair die können acht mal angreifen gut er hat jetzt vielleicht nicht bekommen aber der doch vorher schon richtig viel hin gehabt so danke 400 jessica hat wenig leben blöd er hat auch ein bisschen weniger leben aber teilt ja auch dafür ein bisschen mehr aus und hier lagen und da lagen wir da tage ein weg schon mal merken vielleicht wissen wir später wieder dass ich nicht getroffen werde und greifen jetzt mal hoffentlich alle dich an scheiß hahn du tschüss damit du keinen doppelangreif machen kann und ihr mit euren verzweiflung schlägen solltet eigentlich schnell dauern aua 199 die haben aber nicht dafür nicht so viel leben und hier war nein danke tschüss erste drüber zweiter kriegen wir jetzt auch noch dauern und hier ist doch besicht hat gereicht jeder reicht glaube ich eine vorleidung da lang da lang das muss hier lang gehen oh ne wir müssen auch ach nö total aus ach und dann von denen hier wieder was weißt du was hier so so hab ich noch das im Gepäck weißt du wenn ihr schon so viel Schaden macht ne dann mach ich das gleich richtig hinterher soll er nicht so sein soll er nicht benachteiligt werden aua au lasst doch bitte Flasher greifen aua dankeschön für die Blumen dankeschön das tut schon wieder weh und tschüss und tschüss der ist aus heute im Himmel Blitze knallen Pikachu so soll er aber schnell heilen langsam gehen wir die Mana Punkte da unten hinaus du da hai du da hoffentlich gibt es hier eine Quelle du da du da de sonst hab ich keinen Bock wieder raus zu laufen dankeschön für die Blumen dann kann ich ja fliehen tschüss ok also ein komplett langen Weg anscheinend gefällt mir dafür können wir hier runter dann hier lang ok Rollbosse Streithähne bim ok ja komm mach mal der See hallo ja ich könnte zu viel jetzt machen wie ihr wollt da ist geschockt shit hier nehmt die Faust kaboom dreimal können wir glaube ich angreifen oder so ne die Einer schau weg es ist immer gut wenn viele verschwinden oder zumindest einen Schaden nehmen mit so mit so zwei schau weg ja auch mal jetzt nochmal ne dankeschön für den schnellen Tod hier ist es so wunderschön und da geht es irgendwo in den Keller aber jetzt sind wir in der Ecke in dieser Stadt und so n Ding wieder können wir anquatschen oh ok können wir das vorher einkaufen ja hallo wir können wir noch einkaufen shit ok die kreisstadt kreiselstadt da waren wir ja da sind wir rein können oder auch nicht für die verarsche na gut dann laufen wir weiter geht's irgendwo hoch da fehlt ein kopf einmal grau ist okay jetzt kommen keine monster kommen monster komische super todes fließt okay ich glaube diese kriegen wir eigentlich vielleicht sogar gut hin 90 okay ist okay braus 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 unterstützung dabei auch noch zwei gleich alter es geht ja bei dir falsch gern das schon mal dauerung ich glaube ich muss mich mal erst um die kümmern mit die so machen zauber clear und machen während sie fahren schuss hat er wirklich vielleicht auch ein bisschen anna zurück doch noch so viel schaden aber dauerung muss das jetzt sein sollte jetzt in einer gruppe okay machen wir das das sollte auch nicht mehr dauern halbe stunde schon wieder ich hab da mal nach dem kurzen kart passen getroffen und ich will sagen ich mache hier kurzen karten und geht dann sofort wieder bis gleich